Musik Ich brauche einen Ort, an dem ich als Unternehmen sage, ich suche ein Profil, das soll so und so aussehen und dieser Ort wird bestehen bleiben. Jetzt kommt die große Frage, wo strahle ich das aus? Da gibt es natürlich den Bereich Social. Ich kann die Social Kanäle ausstrahlen, weil das immer relevanter wird. Unsere Studien zeigen, die Mehrheit der Kandidaten empfindet es als positiv, wenn sie auch auf Facebook oder Instagram oder auch Twitter angesprochen werden für neue Karrierechancen und Möglichkeiten. Dieser Bereich ist wichtig, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen das Thema Mobile. Wie kann ich eine Anzeige auf allen Devices ausstrahlen, ohne einen Informations- oder auch einen Designverlust zu haben? Musik